Liebe Zuschauer, hier hast du was zu hören. Nicht etwa von einem großen, gelehrten Mann. Nein, nur von einer Frau, deren Namen du außen wirst gefunden haben und deren Stand du unter den geringsten Leuten suchen musst. Denn sie ist nichts als eine Komödiantin. Von Geburt an eine Deutsche. Sie kann von nichts als von ihrer Kunstrechenschaft abgeben, wenngleich sie so viel wissen sollte, dass sie einen jeden Künstler verstehen sollte, wenn er von seiner Kunst redet. Fragst du, warum sie auch schreibt, so antwortet sie dir das dem Frauen, das Übergewöhnliche. Darum. Fragt dich jemand, wer ihr geholfen hat, so sprich, ich weiß es nicht, oder es könnte doch wohl sein, dass sie es selbst gemacht hätte. Das Werk ist in Reimen abgefasst. Ob die Verse rein und die Gedanken richtig sind, das werden diejenigen wissen, die etwas davon verstehen. Was die Sache betrifft, so gehören teils bekannte, teils unbekannte Geschichten dazu. Alles zu erklären, schickt sich nicht für sie. Alles zu verschweigen, ist hier nicht nötig. Genug, dass sie sonst wohl schweigen kann. Diejenigen, die etwas von ihren Umständen wissen, werden dies leicht glauben können. Wer aber nichts von ihr weiß, dem wird es auch nicht schaden. Wenngleich er es nicht glauben kann, sie ist zwar niemals durch ihre Schriften bekannt geworden, sondern nur als eine Komiteantin. Andere Leute, Leidenschaften, bescheiden, vorsichtig, aufrichtig und natürlich sich vorstellen wollen. Jetzt aber, da sie ihre eigene Rolle auf und vor der ganzen Welt zu spielen genötigt wird, so schämt sie sich auch nicht, ihren ersten sichtbaren Auftritt gedruckt zu geben. Hat mir keiner von euch herrschaftlichen Herren etwas zu essen für mich Hunger, Maul? Ein Stück Brot? Ein Kantenlohr? Ein paar Krümel? Das Bild eines Bootes würde mir für etwas genügen, wenn es gut gemalt ist. Ihr hattet ja niemals einen Hammel geraten in der Westentasche, ja? Madame, lasst mich euch die Creme vom Gesicht lecken. Sieht mich ja nicht, ich brauche etwas fett. Ah, mein Herr! Da, da, zwischen euren Zähnen, da hängt noch etwas Huhn. Lasst mich euch küssen, immer wieder. Ich weiß schon, wo es was zu holen gäbe. Unten in der Stadt, über den Fleischerbänken, da horten sie so manche Leckereien. Nun lässt man mich einfach nicht hinein. Ihr habt gelacht, geklatscht, euch einfach amüsiert, wie es sich gehört. an meiner Wertheit, meinem Stil, da hat euch nichts gestört. Mit wie viel Deutlichkeit war je zu sehen, dass auch das Adel, Serien von den Schauspielkünften viel verstehen. Doch fehlt, um euer Vergnügen auch ewig fortzuführen, mir ein eigenes Haus. Soll daraus nun nichts fehlen, so ist mit eurem Lachen ein für alle Male Haus. Tschüss. Das Haus, das ich hier meine, ist jenes über den Fleischerbänken. Wie kommt der Magistrat dazu, es einfach zu verschenken? Das Weib, das ihr müdes Handwerk dort verrichtet, nennt sich die Neubärin. Doch was ihr Spiel angeht, so ist sie eine Art Sünderthorgerin. Sie will mit ernsten Stücken läutern. La Christur de la Structure, la trittesse de la böse Möse. Und uns zu nündigen Bestrafen, ja. Seht sie euch an, es gibt kein besseres Mittel, um wohlig einzuschlafen. Drum rufe ich euch zu. Hohe und gelagte Herren, lachen froh sind unter Baulichkeit, den Weg in dieses Haus nicht weiter zu versperren. Wollt ihr noch mehr von meinen Tüften sehen? So geht die Magistrate zu verstehen, dass dieses Weib und ihre Wande für die ganze Stadt sind eine Schande. Ein Weib, das zu belehren euch versucht, das ist verdächtig und verroht. Über den Fleischerbänken sieht man sie zwischen Wurst und Schinken liegen. Nur ich, ich armer Wicht. Ich jage hier Fliegen. Drum bedenke ich euch, bedenkt es wohl. Wollt ihr ein Spiel aus lahm und hohl oder eins aus Fleisch und Blut, das den Sinnen Gutes tut? Ihr habt die Macht, euch zu entscheiden? Wollt ihr lachen oder leiden?